Musik Leute, bitte, ich bin's doch, Pea Kusmak. Und ich bin jetzt seit zwei Stunden in diesem Kellerverlies gefangen, weil die Jungs von den Music News gesagt haben, dass sie mich nicht rauslassen, bevor ihr eure Pics hier endlich hergeschickt habt und die ganzen Wände damit voll sind. Bitte, bitte, schickt eure Bilder an musicnews.gemfm.de Weil hier ist es erstens arschkalt und B, ich hoffe, ich krieg nicht wieder Schwäge gleich, auch ganz schön dreckig. Also, musicnews.gemfm.de, her mit den Fotos.